Und ich seh dich Falls ihr euch fragt, was ich heute so mache Ich war gerade in Würzburg, hab mir ein Bubble Tea geholt Und jetzt, ah, die Kamera dreht sich nicht Jetzt räumen wir gerade meine Klamotten auf Dankeschön, Annalena Und, ähm, ja Es sieht aber ganz gut schon aus Dankeschön